Was ist das Matura-Projekt TeamTogether? Wir sind das Matura-Projekt TeamTogether und wir haben es uns zum Ziel gesetzt, mit einem osteroleweiten Schokoladenverkauf die rehabilitierenden, organtransplantierten Kinder des Ederhofs am Islesberg zu unterstützen. Zeichnungen der Kinder vom Ederhof werden auf die Verpackungen gedruckt und somit erreichen wir es, dass wir wirklich die Kinder am Projekt teilhaben lassen und die Spenden genau wieder zu den Kindern zurückfließen und diese dann wieder davon profitieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017